So, meine Damen und Herren, wir haben ja bereits eine sehr, sehr innige Bindung aufgebaut. Man kann schon sagen, dass wir so sind. Ich meine, wir haben die 7 Tage Geheimgeschenk-Aktion mit den ganzen Sandwich-Zutaten gemeinsam überlebt und wir werden auch dieses Geheimgeschenk-Event von Gamefic überleben. Sprich, herzlich willkommen zu Tag 2 von 3 der Neujahrs-Geheimgeschenk-Aktion in Pokémon Karmeseen und Purpur. Seid ihr bereit, Ladies and Gentlemen? Ich bin's nicht, aber gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam gehen wir ins Poké-Portal. Ihr braucht weiterhin kein Nintendo Switch Online. Ihr braucht einfach nur eine Internetverbindung. Geht dann auf Geheimgeschenk per Seriencode Passwort empfangen. Dann verbindet euch das Spiel automatisch mit dem Internet. Könnt ihr das glauben? Er speichert Verbindungen über das Internet. Ach, scheiß drauf, Mann. Wo ist der Code? EnjoyGurume ist diesmal der Code, der uns ein Heap nach dem anderen in unser Gesicht verpasst. Ich packe euch den Code wie immer in die Videobeschreibung. Einlösbar bis zum 15.01. Und dann würde ich sagen, rein in den Bruch. Deine Eingabe wird überprüft. Bitte die Konsole nicht ausschalten. Es wird nach Geschenken gesucht. Item! Hört mir zu. Hört mir zu. Vielleicht haben wir gestern einfach die Zeichen falsch... Vielleicht haben wir gestern einfach die Zeichen falsch verstanden. Wir haben gestern Sternstaub bekommen. Sternstaub. In welchem Spiel spielt denn Sternstaub eine übergeordnete Rolle? Richtig, in Yu-Gi-Oh! Dort gibt es den Sternstaub-Drachen. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass uns ein ähnliches Pokémon in Pokémon Karmus und Kupur erreichen wird. Meine Damen und Herren. Ja, der Sternstaub-Drache. Ein Drache aus Sternstaub. Als Pokémon. Als drittes legendäre Pokémon. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns, Game Freak. Ihr habt mein Vertrauen. Das braucht es nicht. Braucht man dreimal Sternstaub, um den ultimativen Sternstaub-Drachen zu beschwören? Das ist so die Frage aller Fragen. Und nein, meine Cam ist nicht falsch gespiegelt. Ich habe bewusst nicht hingeguckt, aber... Egal, wo ich hinsehe. Ich sehe diesen Sternstaub. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Sprich, wir gewinnen zusammen. Wir verlieren zusammen. In dem Fall ist es ein sehr deutlicher Lose. Ach, scheiß doch, lieber Anton. Dann sehen wir uns morgen zum Finale wieder. Tag 3 von 3. Lass gerne ein Abo da, um das auf gar keinen Fall zu verpassen. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video. Oder am Leistung auf Twitch wieder. In dem Sinne auch darin. Kurv da hin.